Der blinde Fotograf, der die Paralympics ablichtete. Ein Fotograf, der blind ist, mag auf den ersten Blick als eine untypische Wahl für die Dokumentation eines so dynamischen Events wie der Paralympics erscheinen. Doch genau dieser unkonventionelle Ansatz ist es, der die Augen vieler Menschen für die Schönheit und Determination der paralympischen Athleten öffnete. Der Fotograf, dessen Name in der Öffentlichkeit viele Emotionen hervorruft, hat sich mit seiner einzigartigen Perspektive und seiner bemerkenswerten Fähigkeit, das Unsichtbare sichtbar zu machen, einen Namen gemacht. Der blinde Fotograf erklärt, wie er im Laufe der Jahre eine ganz eigene Methode entwickelt hat, um die Bewegungen der Athleten einzufangen. Dabei nutzen er und sein Team nicht nur konventionelle Kameratechniken, sondern setzen auch auf innovative Technologien und sensorische Hilfsmittel. Dies ermöglicht es ihm, die Atmosphäre und Emotionen des Wettbewerbs einzufangen, auch wenn er die Welt um ihn nicht sehen kann. Die Stimme des Fotografen drückt aus, dass er sich darauf konzentriert, die Energie und die Leidenschaft der Sportler in seinen Bildern festzuhalten. Das Projekt, an dem er arbeitet, zielt darauf ab, das Bewusstsein für die Herausforderungen und Errungenschaften von Menschen mit Behinderungen zu schärfen. Er betont, dass seine Fotografien nicht nur dazu dienen, Sportevents zu dokumentieren, sondern auch dazu, Geschichten zu erzählen, die oft übersehen werden. Viele Zuschauer sind überrascht, wie viel Emotionalität und Dynamik in seinen Bildern stecken. Ein Beobachter merkt an, dass der Fotograf in der Lage ist, die Seele des Sports lebendig werden zu lassen. In dieser fotografischen Reise nimmt er nicht nur seine Kamera in die Hand, sondern auch seine beeindruckende Persönlichkeit und seine Entschlossenheit. Er hat selbst erlebt, wie es ist, mit einer Behinderung zu leben. Und deshalb ist es seine Mission, anderen Gehör zu verschaffen. Bei den Paralympics hofft er, dass seine Bilder nicht nur die Athleten feiern, sondern auch ihre Geschichten erzählen, die das Publikum berühren. Ein weiterer Punkt, den der Fotograf hervorhebt, ist die Notwendigkeit der Barrierefreiheit in der Kunst. Er ist überzeugt, dass es wichtig ist, dass die Welt der Kunst und Fotografie für alle zugänglich ist, unabhängig von Fähigkeiten oder Einschränkungen. Das Publikum solle inspiriert werden, zusammenzuarbeiten und Inklusion in ihre Gesellschaft zu integrieren. Die Reaktion auf seiner Arbeiten sind vielfältig. Während einige von den emotionalen Aspekten seiner Bilder berührt sind, zeigen sich andere verwundert über die technischen Fähigkeiten, die er trotz seiner Blindheit beweist. Er wird von verschiedenen Plattformen gelobt, weil er die Grenzen des Möglichen neu definiert und andere dazu ermutigt, ebenfalls ihre Vorstellungen von Kreativität zu hinterfragen. Menschen, die seine Architektur des Fotografierens näher kennenlernen, sind beeindruckt von seiner Leidenschaft und Hingabe. Er sieht sich selbst nicht als eine Ausnahme, sondern als einen Teil einer größeren Bewegung, die Menschen mit Behinderungen in den Mittelpunkt der Gesellschaft rückt. Seine Fotografien stellen also nicht nur das Sportereignis dar, sondern auch den unaufhaltsamen menschlichen Geist. In einer Welt, die oft von Vorurteilen und Missverständnissen geprägt ist, könnte der blinde Fotograf mit seinen Bildwerken dazu beitragen, einen Perspektivwechsel zu schaffen und mehr Gleichheit sowie Verständnis zu fördern. Diese einzigartige Herangehensweise hat das Potenzial, sowohl die Sportwelt als auch die Gesellschaft als Ganzes zu bereichern. Montag, 9. September 24.